Musik Eines Tages verliebten sie sich in den Verwalter, der bei ihrer Mutter auf ihrer Hand hielt, aber abgewiesen wurde, weil bereits seine Verbindung mit einem neapolitanischen Gentleman, spanischer Jährkundfarrantiver, der bereits auf dem Weg nach Himmel war, um sie zu Eier. Oh ja, diese unglücklichen Umstände haben mein Leben zu stören. Woher kennen Sie, Miss Emilia? Woher ich die kenne? Ach, das ist nicht der Rede wert. Doch, doch. Ja, ich bin bloß Ihr Verlobter. Verlobter? Ja, wenn Sie damals in London sitzen gelassen hat. Ja, ich bin bloß, ich bin bloß, ich bin bloß. Musik 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 Musik